Stellen, als ob sie alles fressen würde? Was für ein schönes Gebiss die haben. Das ist ein sehr. Ja, natürlich. Das sind Piranhas. Bist du dir sicher? Natürlich. Sonst würde ich... Das kann ich nicht viel mehr sein. No, man weiß, die Lände, die kommen so Sägeblätter. Guck mal, wenn die atmen, was die da drin haben. Die guckt mich wirklich an. Die hat Hunger. Ich will Frischfleisch. Manchmal mache ich mit dem Finger so, dann geht's weg. Frischfleisch. Ich schreibe mit dem Finger da. Okay, dann kommt sie. No, no.